Oh, 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 ich liebe diese Show! Willkommen bei HundeTV! Heute lernen wir etwas über die faszinierende Geschichte der Hunde. Jede Hunderasse, die wir heute kennen und lieben, stammt von den Wölfen ab. Wölfe jagen große Beutetiere, die sie tagelang sättigen. Deshalb muss ich nur ein- oder zweimal am Tag fressen. Vor über 10.000 Jahren begann der Mensch, Wölfe zu zähmen. Sie halfen bei der Beutejagd, schützten vor wilden Tieren und wurden schnell zu großartigen Begleitern. Wenn Menschen sie füttern, pflegen und lieben, können Hunde heutzutage bis zu 16 Jahre leben. Eins hat sich jedoch nicht geändert, denn wie Wölfe markieren auch Hunde heute noch ihr Territorium mit ihrem Bippi. Oh, oh, öffne schnell die Tür, ich muss pipi. Hau, 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 hau